Hey, ich bin der Manu Teufel und das ist eins der wenigen ersten professionellen Videos von mir. Warum? Weil ich jetzt mit einem Kameramann zusammenarbeite. Da sieht man ihn. Wir werden saugeile Videos für dich produzieren. Zum Beispiel zum Kochen mit Fitness Nutrition oder auch anderen leckeren Sachen, zum Training für zu Hause und im Gym oder auch anderen geilen Sachen, die uns so einfallen. Für dich als Video uploaden. Hallo, mein Name ist Mel. Ich bin Richard. Und wir sind Teil von it'saboutfitness.de. Wir stellen euch verschiedene Kochrezepte vor und zeigen euch, wie ihr daheim gesund und günstig das Ganze nachbauen könnt. Wie ihr schon seht, sind wir zwei Waschenste der Saarländer. Und wir versuchen das natürlich so ein bisschen in unsere Kochrezepte einfließen zu lassen, aber auch nicht zu viel. Wir sparen uns das Fitnessstudio und trainieren zu Hause. Und da können wir euch auch ein paar interessante Übungen zeigen. Richard und ich, wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit. Wir trainieren ganz gern zusammen, kochen zusammen und zeigen euch hier auch ein paar von unseren Lieblingsgerichten, mit denen wir gute Erfahrungen gesammelt haben. Also, wir sehen uns auf it'saboutfitness.de.